Und? So wie es aussieht, muss ich mal wieder das ganze Wocheende durcharbeiten. Scheiß. Das nervt echt. Ich weiß genau, was du meinst. Ey, ich hab letztes Jahr sogar Heiligabend gearbeitet. Muss echt kacke gewesen sein für Mathilda. Ich mein, hier ist ja erst sechs. Heiligabend. Das ist echt hart. Ja, da hab ich sie auch mal gefragt, ob sie findet, dass wir zu wenig Zeit miteinander verbringen. Und? Keine Ahnung. Hat noch nicht zurückgeschrieben.